So, willkommen zu unserer Half-Life. Ähm, in der letzten Folge haben wir diesen, äh, Tentakeldingscheiß, was auch immer, Vieh besiegt. Und jetzt gehen wir hier runter, äh, mit der ominösen Leiter, die einfach mal ominös ist. So, und loading. Und stopp, so. Und Wasser, Wasser, Wasser. Ach, so. Mein Gott, ich bin hier, ich bin hier oft, einfach mal krepiert vom Fallschaden. Oh, da seh' ich was, oh, geil. Revolver, der ist nämlich sehr, äh, nützlich. So. Oh, hier ist aber sehr, äh, hier fliegen. Was der Hölle? Der Geigerzähler. Ähm, macht Dings, vergessen. Schlägt aus, richtig, genau, das war's Wort. So, ist da, ist da was? Ja, erstmal gucken. Äh, oh, sehr schön. Das nehme ich doch immer. So. Natürlich leer. Okay. So, dass da runterfließen. Äh, so, okay. Nochmal hier hoch, von der anderen Seite aber. So. Und jetzt hier drauf, auf das Rohr. Hehe. Rohr. No. Das war... Nicht klug. Aber irgendwie schaue ich nicht viel zu verlieren. Kann das sein? Aber jetzt verliere ich hier. Jetzt komme ich eh nicht mehr raus. Okay, we're out. Oder? Kann ich noch? Müsst du gar nicht hochschwimmen. Steck fest. Wow. Was? Ne, das schaffe ich nicht mehr. So. Echt dumm gerade. So. Aber ich muss hier runter. Das weiß ich jetzt. Jung, alter. Das ist doch... Gordon. Hast du zwei Linke Füße, oder was? Oh Gott, die Stelle. Ich kriege nur aus Black Mesa. Noose. Die haben wir mal so richtig scheiße. So. Kommt doch gleich in den Rohren geflitzt. War das nicht so? Nein. Andere Richtung. Da ist es. So. Und jetzt erst mal... So. Speichern. Und weiter. So. Okay. Nochmal speichern nach dem Last Queen. Ähm. Ach ja. Ich weiß nicht. Ich wundere mich. Ich wundere mich, wo es hier weitergeht. Ach ja, stimmt ja. Lol. So. Okay. Safe. Okay. Wo sind wir jetzt? Power up. Oh. Oh. Nein. Oh. Fuck. Nein. Power is not on. Alter. Nein. 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 Was machst du denn hier? Alter. Was zur Hölle. Da kann ich nicht durch. Natürlich nicht. Ach du Scheiße. So ne Scheiße. So ne Scheißstelle. Holy fuck. Holy mother of god. Holy mother. Das Spiel würde mich tollen. Gabe. Was hast du dir da mal so gedacht? Ach komm. Stellen wir mal 50.000 Headcrips ein Raum. Lass den Spieler ganz gern jump-like runterfallen. Bestimmt lustig. Fick dich, Alter. Ach, Mann. Stimmt, ich hab hier mal ein Revolver jetzt. Ist ja auch geil. Erst mal auffüllen. Boah. Meine Fräsen. Ah, Revolver hab ich ja. Stimmt, ja. So. Die benutze ich jetzt auch mal. Verarschen. Gut, dass ich jetzt nicht gespeichert hab, ne? Was zur Hölle? Ich brauch keine Granate mehr oder so. Äh. Okay. Okay. Gut. So. Speichern. Oh, wow, 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 wow. Wo sind die? Gordon, spiel nicht mit der Waffe rum. Was machst du nur mit der Schockgang? Ah, nein. Jetzt BRG. Hä? Okay. Okay. Das ist ja verschwenden. Aber ich glaub, ich hab einen getroffen. Okay, den hab ich getroffen. Aber hier ist ja überhaupt kein Health oder so, ne? Nee. Und die hätte ich überhaupt nicht töten müssen. Mann. Verdammte Fuck. Passt der? Cut Zins? Oh, so. Oh, was? 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 Oh, fuck. Okay, good. Wow. So. Erdchen, Erdchen, Erdchen. So. Ich habe natürlich keinen Empfang. Äh, achso, ich habe gerade Muni für die bekommen. Sehr schön. Kann ich die kaputt haben? Okay, die gehen mehrfach kaputt. Das ist auch gut. Soll mir recht sein. Die kann ich auch kaputt machen. Ah. Revolvermunition. Die habe ich gesucht. Nicht. So. Moment. Ich habe das hier doch schon mal gespielt. Bin ich da beim ersten Mal bei dem Revolver drüber gelaufen, oder was? Oh Gott. Wie dumm kann man nur sein. Ja, wie ich. Äh. Da oben war einer. Na komm. Komm hervor. Ich weiß noch ganz genau, dass du da oben warst. Wenn ich jetzt hier vorüber gehen, ne? Dann kommst du. Oder auch nicht. Okay, die sind neu. Nee, kommst du nicht. Okay. Oh, doch. Klar doch. Ich muss mal Headshots machen hier. Wow. Das war Arsch. Das war Arsch. Okay, das Laser-Ding ist aber auch interessant. Okay, nutzt du also mal die Tio? Das war auch gut. Äh. Äh. Ah. Das war der. Nee. Nee, warte. Wait, what? Ich denke, wenn ich mal ein bisschen Half-Points bekommen würde. Was? Das ist ein Highlight. Das ist echt ein Highlight. Das habe ich mir ordentlich geschafft. Und ich habe nur noch sechs, sieben Half-Points. Wie soll ich das denn schaffen, bitte? Was? Alter. Blöden Säcke. We don't got Freeman. Freeman got you. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Ah ja, das habe ich jetzt gebraucht. Spritzen. Wieso habe ich die Spritzen nicht mehr? Egal. Stopp. Stopp. So. Okay. So. Sehr schön. Ich bekomme gerade eine Menge Sachen, die ich hier sehr gut brauchen kann. Das ist, äh, gebrauchen kann. Das ist sehr schön. Hey. Was kommt denn auf? Okay. Das war jetzt dumm. Okay. Runter. Save. Du schläfst doch nur. Habe ich doch genau gesehen. Ah. Klug. Clever. Ich wusste doch ganz genau, dass du nur schläfst. Jetzt bist du da alt. Jetzt schläfst du für immer. Boah. Boah. Mann. Voll die schreckhafte Hand. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber ich habe genug Munition. Da ist das nicht. Wenn ich mal so 5000 Mal an dem Ziel... Das passt. Das passt. Hier ist irgendwie... Nee, ist nichts. Okay, dann kann ich nur hoch. Und runter. Oh, okay. Runter. Ach, stimmt ja. Richtig. Ich irre mich sogar noch an die Stelle hier, weil ich die schon mal gespielt habe. Einfach mal, ich lange... Langeweile hatte. Sorry. So war ich nicht schwerer. Jetzt geht das ganze Wasser hier flöten. Und ich kann weiter. First Aids. So. So. Okay. Der Mittelalter geht noch nicht, aber der geht schon. Okay, da war ich gerade. So.